Wenn Sie im Rahmen der Regressionsanalyse ein signifikantes Modell entdeckt haben, das heißt, Sie haben signifikante Regressionskoeffizienten, der F-Test ist signifikant und auch das Bestimmtheitsmaß ausreichend groß, danach sollten Sie auf jeden Fall noch die Prämissen testen. Und zwar habe ich Ihnen hier einmal drei Prämissen für die Regressionsanalyse mitgebracht. Das ist einmal die Linearität, dann die Homoskedastizität und die Normalverteilung der Resilien. Es gibt noch drei weitere Prämissen, die ich aber in einem separaten Video zeigen werde, weil das sonst zu viel Platz einnimmt. Starten wir mit der Linearität. Was heißt das? Und zwar wollten wir ja im Rahmen der Regressionsfunktion eine Gerade schätzen, die möglichst gut die beobachteten Werte, das sind hier unsere roten Punkte, wiedergibt. Das heißt, diese Gerade soll möglichst gut diese Punkte repräsentieren. Wenn diese Prämisse der Linearität verletzt wird, kommt es zu Nicht-Linearität. Beispielsweise, wenn die Punkte in einer Art S-Funktion verteilt sind oder wir haben hier eine gekrümmte Abfolge dieser roten Punkte, wie auch immer sie liegen mag. Auf jeden Fall sieht man hier, dass die Gerade in diesem Fall nicht wirklich gut den Verlauf dieser Punkte wiedergeben kann. Wie testen wir nun die Linearität in SPSS und dazu wechsle ich einmal in das Programm. Das ist leider nicht automatisch eingebettet, aber ich zeige Ihnen, wie wir uns hier in diesem Fall behelfen können. Und zwar klicken Sie einmal auf Grafik, Diagrammerstellung und dann schauen wir uns das Punkte- und Streugeogramm an. Das wählen wir einmal hier unten links aus und nehmen hier oben links dieses Feld und ziehen es über Drag & Drop hier in diesen Vorschau-Bereich hinein. Diese Punkte, die Sie hier immer sehen, sind nur der Vorschau. Die nur der Vorschau haben aber keine weitere Relevanz, lassen sich davon nicht irritieren. Wir suchen uns aus der linken Seite unsere Variablen heraus. Hier war die Technik-Affinität, das war unsere unabhängige Variable, das geht in die x-Achse hinein und die Nutzungsbereitschaft geht in die y-Achse, das ist unsere abhängige Variable. Auch hier erhalten Sie wieder eine Vorschau, die bei jedem durchaus unterschiedlich aussehen kann. Wir klicken auf OK und erhalten dann die folgende Grafik. Und zwar sehen Sie hier, dass wir hier die Punkte haben, unsere beobachteten Werte, die liegen natürlich auch teilweise übereinander. Um das nochmal besser interpretieren zu können, klicken Sie einmal doppelt auf dieses Schaubild und gehen hier oben einmal auf diese Linie. Und zwar können wir jetzt hier eine Linie einzeichen, die unsere Regressionsgrade repräsentiert. Und wir nehmen hier die Werte, die unstandardisierten Werte aus unserer Regressionsgleichung. Und zwar ist die Konstante die 1,736 gewesen. Das ist unser Alpha plus, beziehungsweise auch der Schnittpunkt mit der y-Achse, plus die 0,658 und dann mal x. Das sind unsere Werte, die wir schon aus der Regressionsanalyse herausgefunden haben. Hier die 0,658, das ist unser Beta, das ist unser Regressionskoeffizient, und die 1,736, unsere Konstante. Ich klicke auf Anwenden und kann dann dieses Schaubild schließen, auch dieses schließen. Und Sie sehen jetzt hier die Bezugslinie, das ist unsere Regressionsgrade, so wie wir sie in dem Video vorher auch berechnet haben. Man sieht jetzt ganz schön, dass diese Punkte durchaus ganz gut durch die Gerade wiedergespiegelt werden, sodass wir Linearität annehmen können. Das heißt, unsere erste Prämisse ist erfüllt. Wie sieht es jetzt mit der zweiten Prämisse aus? Ich gehe einmal zurück. Und zwar ist das die sogenannte Humuskedastizität. Das ist ein kleiner Zungenbrecher. Was sagt das aus? Und zwar sagt das aus, dass je weiter wir auf unserer Geraden nach rechts kommen, da sollten die Residien nicht wirklich größer werden, sondern die Residien, das sind ja die Abweichungen der Punkte von der Regressionslinie oder Regressionsgraden, diese Striche, das heißt diese Distanz, sollte nicht größer werden, je größer das geschätzte y wird, unser geschätzter abhängiger Wert. Das könnte zum Beispiel so aussehen, das heißt, je weiter wir auf unserer Gerade nach rechts kommen, desto größer könnte das Residium werden, sodass sich hier so eine Art Trichter zeigt. Dieser Trichter kann auch genau andersrum verlaufen, dass wir erst sehr hohe Residien haben, die dann immer im weiteren Verlauf kleiner werden. Wie testen wir das? Auch hier haben wir keine direkte Einbettung in SPSS, aber ich zeige Ihnen auch hier einen Weg, wie Sie das darstellen können. Sie klicken bitte einmal auf Analysieren, Regression und hier nochmal auf Linear. Das ist jetzt genau der Weg, den wir gehen würden, um unsere Regressionsfunktion zu schätzen. Ich gebe jetzt auch hier nochmal einmal die unabhängige Variable, die Technikaffinität ein und die Nutzungsbereitschaft als abhängige Variable. Was wir nun nochmal zusätzlich machen, und zwar gehen wir hier unter Speichern und haben hier die Möglichkeit, die vorhergesagten Werte über die Gerade uns ausgeben zu lassen, einmal nicht standardisiert und auch nochmal die Residuen, unseren Fehler auch nicht standardisiert, nochmal separat als Variable abzuspeichern. Wir klicken auf Weiter und auf OK, erhalten dann natürlich genau wie in dem Video vorher schon gezeigt, die relevanten Statistiken. Was wir aber viel mehr brauchen jetzt für unsere Analyse der Homoskidazität, sind diese zwei Variablen, die Sie nun am Ende des Datensatzes finden. Das heißt, hier wurden zwei Variablen hinzugefügt. PRE ist der Predicted, also Predicted Value, der geschätzte Wert, und das Residuum ist hier das Residuum, letzten Endes die Abweichung des beobachteten Wertes von dem Schätzwert. Wir wählen nun bei Grafiken noch einmal aus, unter Diagrammerstellung, und hier brauchen wir jetzt auch wieder das Punkt- und Streudiagramm, hier haben wir noch die alten Werte drin, wir klicken einmal auf Zurücksetzen, dann wird alles zurückgesetzt, und ich kann jetzt nochmal das Streudiagramm hier reinziehen, und wir brauchen nun auf der X-Achse, jetzt müssen wir aufpassen, einmal den Predicted Value auf die X-Achse und auf die Y-Achse, das unstandardisierte Residuum, oder hier im Englischen Unstandardized Residual, auch ein Zungenbrecher. Und wir klicken auf OK. Wir sehen jetzt hier in der X-Achse die prognostizierten Werte unserer Linie, und dann sehen wir hier auf der linken Seite die unstandardisierten Residuen. Wir können jetzt hier keinen Trichter erkennen, das ist eine leichte wellenförmige Darstellung, aber letzten Endes sind die Residuen ja doch einigermaßen gleich verteilt, sodass wir hier Homo Skidastizizid auch annehmen können. Wie sieht es mit unserer dritten Prämisse aus? Und zwar geht es hier darum, dass die Residuen, die wir ja gerade schon auch besprochen haben, möglichst normal verteilt sein sollen. Wir können uns dazu zwei Dinge ausgeben lassen, einmal so ein Histogramm, wie ich es hier einmal mitgebracht habe, und das möchte ich auch noch mal kurz zeigen, wie wir das erstellen. Und zwar gehen wir hierzu wieder in SPSS zurück, und ich kann nun wieder über die Grafiken, Diagrammerstellung gehen, und hier brauche ich jetzt ein anderes Diagramm, und zwar brauche ich ein Histogramm. Klicke hier in den unteren linken Bereich einmal auf Histogramm, und ziehe nun das linke Kästchen nach oben, sodass SPSS weiß, okay, ich will jetzt ein Histogramm machen. Und wir haben dann hier nicht den Unstandardized Predicted Value, sondern die unstandardisierten Residuen müssen hier rein, weil ich will ja die Normalverteilung der Residuen testen, und möchte mir das einmal hier anschauen, wie es im Histogramm aussieht. Keine Angst, die Vorschau ist auch wieder nur als Dummy hier eingerichtet, ist nicht relevant. Wichtig ist aber hier auf der rechten Seite nochmal der Klick auf die Normalverteilungskurve, die uns auch angezeigt werden soll, und wir klicken einmal auf OK und sehen jetzt hier unser Histogramm, die Verteilung unserer unstandardisierten Residuen, und wir erkennen hier doch, dass die Balken durchaus von dieser Kurve etwas abweichen, sodass es hier zu einer Prämissenverletzung kommen kann. Um dies aber letzten Endes in einem statistischen Test zu analysieren, können wir hier auch nochmal diesen Test durchführen. Klicken Sie dazu einmal auf Analysieren, Deskriptive Statistiken und dann hier auf die Explorative Datenanalyse. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, unser unstandardisiertes Residuum in die abhängige Variable zu ziehen, und wir können dann über Diagramme, den Boxblatt brauchen wir nicht, auch das Stammblattdiagramm brauchen wir nicht, und zwar wollen wir hier nochmal ein Normalverteilungsdiagramm mit den entsprechenden Tests haben. Das klicken Sie bitte einmal an, das ist ganz wichtig, auf Weiter und auf OK. Und wir haben dann hier in diesem Kasten die Tests auf Normalverteilung. Die Nullhypothese lautet hier, dass die Residuen normal verteilt sind, und die Alternativhypothese heißt, dass die Residuen nicht normal verteilt sind. Wir haben hier eine Zweiteilung der Tests, und zwar sehen wir einmal auf der rechten Seite den sogenannten Shapiro-Wilk-Test, der für Stichprobengrößen kleiner als 50 geeignet sind. Da wir in unserem Fall aber eine Stichprobengröße von 190 hatten, brauchen wir den Kolmogorov-Smirnov-Test auf der linken Seite, der für uns jetzt relevant ist. Die Signifikanz von 0,000 bedeutet, dass wir die Nullhypothese auf jeden Fall ablehnen sollten, weil der Wert kleiner als 0,5 ist, und sogar bedeutend kleiner, das heißt auch kleiner als 0,001, sodass wir hier auf jeden Fall die Hypothese, dass die Residuen normal verteilt sind, ablehnen müssen. Gleichzeitig nehmen wir die Alternativhypothese an, sodass die Residuen nicht normal verteilt sind und es hier zu einer Prämissenverletzung kommt. Das hat in diesem Fall dann die Auswirkung, dass unsere Tests aus der Regressionsanalyse, Ich gehe nochmal weiter hoch, damit man das auch nachvollziehen kann. Wir hatten ja einmal den F-Test hier durchgeführt und auch den T-Test des Regressionskoeffizienten hier. Einmal, dass die Signifikanztests hier nicht wirklich gültig sind. Hier muss man dann nochmal schauen, was man macht, ob man andere Variablen testet, ob man den Test letzten Endes auch verwerfen muss. Das war es an dieser Stelle zum Test der Prämissen. Wie gesagt, es gibt noch drei weitere Prämissen, die Sie ebenfalls testen sollen, insbesondere für multiple Regressionen. Das zeige ich aber in einem separaten Video. Vielen Dank erstmal.